Sven Hiddett, hier ist für euch, Riesenapplaus, Thomas Schmetz! Schmiedi, Schmiedi, Schmiedi ist am Start, Schmiedi, Schmiedi, mit Brille und Radier, Schmiedi, 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 Schmiedi. Danke Sven. Sehr gut, ja, Shetland Pony ist da. Danke dafür, Tane. Das ist ein super Hashtag. Ja, ich bin Thomas Schmied, ich bin 32 Jahre alt. Die Reaktion, das ist eine typische Reaktion, die haben wahrscheinlich alle gedacht, ne, mindestens 40. 50! Dankeschön, meine Mutter. Ja, das ist echt so, ich hab einfach ein Bartwuchs wie so ein 8-jähriges Mädchen, da passiert irgendwie gar nichts. Und mittlerweile hab ich echt Angst, ich hab richtig Angst, dass ich Peter Pan bin und es nicht weiß. Und ich steh seit Jahren im Stau, seit Jahren obwohl ich fliegen kann. Das ist, das wär furchtbar deswegen. Aber es gibt, weiß nicht, es hat Vorteile, es hat natürlich Nachteile. Es gibt so kein, zum Beispiel Vorteil ist, ich krieg als einziger 32-jähriger Europäer, krieg ich im Rewe immer noch die extra Wurst. Die fragen gar nicht mehr nach, wo ist deine Mutter oder so, sondern hier, eine Wurst für einen kleinen Dicken. Junge. Das ist so, ich liebe das. Das ist wirklich so, eine Frau kam dann nach einer Show zu mir und sagte so, kennen Sie die drei Fragezeichen, die drei Detektive? Ich sag, ja klar kenn ich die. Wissen Sie was, die sehen so aus wie Justus Jonas. Und ich so, yes cool, danke, Moment mal, das ist ein Hörspiel. Und sie dann so, ja ich weiß und geht. So, was gibt's noch? Ich musste letztens Kondome kaufen. Ist auch egal warum, meine Mutter hat mich geschickt. Und an der Stelle hat man in der letzten Reihe ein Mädchen gerufen, zu spät. Ist wahr. Ja, ist es. Aber ich hasse Kondome kaufen. Ich kann's nicht, ich hab's einmal gemacht, ich hab's einmal wirklich durchgezogen. Ich bin dahin, in dem Moment, wo ich die Packung in der Hand hatte, fiel an zu schwitzen. Mir war peinlich, ich hatte das Gefühl, alle wissen Bescheid. Und ich dachte, dann kaufst du noch irgendwas dazu, dann fällt das nicht so auf. Was hab ich dazu gekauft? Brot. Einfach ein ganzes Brot. Mehr lag nicht auf dem Band. Das war so die Erklärung, so, ja eigentlich wollte ich bumsen, aber ich hatte auch Hunger. Und ich hatte Angst, dass das Erste sonst nicht schafft. Also, das ist, ich kann's nicht, Kondome kaufen, ich weiß, das ist so, so furchtbar. So, manche können das, ich hab Menschen gesehen, eiskalt, die gehen hin, irgendwie Kondome, Flasche Wein, Kabelbinder ab. Völlig normal. Ich kann doch Kabelbinder nicht kaufen, ich hab selbst da Angst. Ich hol mir einfach irgendeinen Toaster dazu, damit das... Nee, ich hasse Kondome. Ich bestell jetzt Kondome bei Amazon, wirklich. Super, ey, mega easy, aber ich bestell auch nicht nur so, ich versuche jetzt immer lustige Sachen zu kombinieren bei Bestellung bei Amazon, und dass die Mitarbeiter sich freuen. Die haben... Einfach so, ich hab zum Beispiel bestellt letztens Kondome und Zwiffer. Vielleicht fällt ihm das, vielleicht denkt er dann so, ach, warum, ach, der bumst so wenig, die verstauben, ja klar. Das ist... Ja, so viel dazu. Ansonsten, ich bin Vegetarier, ich bin faul, ich bin scheiß faul, ich lag vor paar Tagen bei mir auf der Couch fünf Stunden, hab nichts gemacht, und hörte mich selber irgendwann sagen, boah, ich kann nicht mehr. Ganz normal am Mittwoch, Vormittag. Alles was ich weiß nicht, ich bestell viel irgendwie so, auch Pizzen und so einen Scheiß, ich bin einfach richtig faul, deswegen bin ich auch ein bisschen dicker, ich drehe mich immer seitlich, dann seht ihr das. Das ist einfach... Sehr gut, danke. Das ist einfach... Ich bin noch 32, ist nicht mehr wie früher. Früher war so zwei Pizzen, Sonnenbauch mit 15, dann eine Runde FIFA, alles wieder weg. Heute ist nicht mehr, das geht nicht mehr. Das ist so... Ich weiß nicht, das will einfach nicht meck, weil ich auch faul bin, gar keinen Sport mache, so... Weiß nicht, und ich kann nicht kochen, ich kann nicht kochen. Wenn ich kochen könnte, wär's... Ich kann genau ein Gericht, Wasser, das war's. Aber auch nur mit Wasserkocher, mit dem Topf, ich hab's funktioniert... Ich hab's gemacht, wenn du den Deckel da nicht drauf machst, kocht das Wasser nicht. Machst den Deckel drauf, kocht das Wasser, machst den Deckel ab, ist das Wasser weg. Ich wollte Kartoffeln kochen, das hat gebrannt, ich... Ich koche jetzt Kartoffeln nur noch im Wasser koche, das ist... Es funktioniert. Ich kann nicht... Mein Bruder sagt zu mir, kochen ist ganz einfach, komm bei mir vorbei, ich zeig das, ich komm rein, der hat so einen riesen Roboter in der Küche. So mit USB-Stick hier von Thermomax. Kostet irgendwie eine halbe Million, glaube ich, ich weiß nicht. Er sagt, kannst USB-Stick reinstecken, das Ding kann sich drehen, kochen, dünsten, backen, alles so... Je nachdem, wo du's hinstellst, lutscht es dir auch noch eines. An der Stelle ist immer ein bisschen Unruhe, so die Männer so, das kann der auch! Wir holen einen. Ne, aber er sagt, das ist ganz einfach Thermomix und ich liebe fettiges Essen. Also ich brauche wirklich frittiertes Essen, fettiges Essen, mittlerweile Soße-Handes abhängig. Ich mache mir manchmal Soße-Handes in ne Schale lauwarm und tue so, als wär's ne Suppe. Jaja, nicht erstmal ausprobieren und dann, das ist... Ich hab tatsächlich mal besoffen Soße-Handes in den Sodastream gemacht. Das war furchtbare Sauerei, aber ich hätte nie gedacht, dass ich sagen könnte, Soße-Handes, mein Gott, war das erfrischend. Wahnsinn, das... Und irgendwann ist das dann so, das kommt natürlich, wenn du dann nichts machst, dann bist du ein bisschen... Man nimmt so langsam zu, so und weiß nicht, ich hab's mal bei mir gemerkt, ich stand bei mir im Badezimmer, ich hab ein ganz kleines Badezimmer, Licht ist immer über dir, ich war nackt, mir fiel was runter, ich muss mich bücken, das Licht von oben, so zwei Schatten auf den Knien. Und dann geh ich dir so zurück, Möpse. Aber nicht so kleine, so fluffige, sondern schon so, mein Gott, kauf dir ein BH, das sieht scheiße aus. Das ist wirklich so, wenn ich bei Humkümmerler bin, fragen die mir, wo ist ihre Frau, sondern wie kann ich ihnen helfen. Das ist wirklich... Wenn ich so mache und zusammendrücke, werde ich selber ein bisschen geil davon. Das ist, ja... Ich weiß nicht, wenn du als Mann überlegst, hast du zu viel Brust, zu wenig... Also beugt euch nach vorne, quetscht so zusammen, macht dann mit dem Handy ein Selfie ohne Gesicht, schickt das zum Kumpel. Wenn der zurückschreibt, geil, habt ihr ein Problem. Ihr müsst natürlich vorher die Haare weg machen, die Haare müssen weg, das ist... Wobei, wenn er die Haare dran lässt und er schreibt, geil, hat er ein Problem. Ey, vielen, vielen Dank. Thomas Schmidt!